Achtung, dieses Video ist ein bisschen anders als die anderen. Es fängt jetzt gleich nochmal an. Ich nehme das jetzt nur auf, weil ich das Video vor zwei Tagen aufgezeichnet habe und es hat sich jetzt was ganz Neues ergeben. Und deswegen, jetzt geht das Video gleich los. Schau das Video bitte ganz bis zum Ende. Da schneide ich nochmal was ran, wo ich dir, nach all dem, was ich vorher erzählt habe, diese neue Entwicklung, die vielleicht auch für dich eine Chance bietet, keine Anlageberatung, aber ich möchte es dir einfach sagen. Nicht, dass du danach sagst, ja Mike, hättest du ja auch noch was dazu sagen können. Davon erzähle ich dir noch. Deswegen bitte ganz, ganz hinten noch das Video bis zum Schluss sehen, weil da noch eine ganz wichtige Info kommt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um passives Einkommen durch Gaming. Du weißt, ich habe ein Money Mentoring und in dem Money Mentoring zeige ich ganz viel zum Thema NFTs, zum Thema Kryptowährungen, die ganz oft mit NFTs zu tun haben und zum Thema DeFi. Und in diesem ganzen Gaming-Bereich, übrigens, wenn du dich für das Money Mentoring interessierst, klick auf den Link hier drunter und wir telefonieren mal miteinander. In diesem ganzen Bereich ist Gaming extrem interessant, weil es gibt jetzt sehr viele Play-to-earn-Games, also Spiele, bei denen du dafür bezahlt wirst, dass du das Spiel spielst. Eines der bekanntesten davon ist Axie Infinity. Ich werde gleich was dazu sagen. Und jetzt, wenn du sagst, Spielen interessiert mich überhaupt nicht, ich habe keinen Bock auf Spielen, genau das ist es. Ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du passives Einkommen generierst, ohne dass du selber spielst und wie du, keine Anlageberatung, wie du, so wie ich, in etwas investieren kannst, womit du unter Umständen beteiligt bist an all dem. Dazu erstmal grundsätzlich was vorneweg. Wenn du dich in der echten Welt an einem echten Unternehmen beteiligen möchtest und es ist ein Aktienunternehmen, dann machst du das über eine Aktie. Du kaufst einen Anteil an einem Unternehmen oder mehrere Anteile und wirst dann zum Beispiel über die Ausschüttung einer Dividende am Gewinn dieses Unternehmens beteiligt. Jetzt gibt es in dem ganzen Blockchain-Bereich Unternehmen, die sind nicht mehr zentralisiert. Die haben kein Gebäude und Mitarbeiter und einen Keller und eine Kantine und einen Kaffeeautomaten, sondern es sind einfach nur vollautomatisierte Protokolle auf der Blockchain, wo schon auch Menschen noch daran arbeiten. Aber die ganze Firma ist dezentralisiert. Das heißt, es gibt keine Firmenzentrale, es gibt kein Gebäude, es gibt keinen CEO, sondern alle die, die an dieser Firma beteiligt sind, stimmen gemeinsam und gleichwertig, gleichwertig dahingehend, dass jeder Anteil das gleiche Stimmrecht hat, darüber ab, was in dieser Firma gemacht wird und was mit dem Geld passiert. Wer mehr Anteile hat, hat natürlich mehr Stimmen. Und wie kriegst du Anteile? Anteile kriegst du eben in diesem Fall an sowas nicht über Aktien, sondern über Governance Tokens. Das sind regierende Tokens für diese Firma. Das sind im Endeffekt einfach Kryptowährungen, so wie Bitcoin oder Ether zum Beispiel auch eine Bitcoin ist. Diese Firmen sind jetzt auch ganz andere Firmen. Diese Firmen sind jetzt sogenannte DAOs, dezentralisierte autonome Organisationen. Was ist denn das schon wieder? Versteht doch keine Sau. Ja, ich weiß, ist aber ganz einfach zu erklären. Stell dir einfach vor, es gibt einen Getränkeautomaten, der komplett sich selbst befüllt, indem er den Lieferanten anruft, der, wenn er repariert werden muss oder gewartet werden muss, einfach automatisiert den Wartungsservice anruft, der alles, was über Kreditkarte reinkommt, automatisch in eine Wallet auf der Blockchain überweist und dieser Getränkeautomat ist ein DAO. Der ist eine dezentrale, weil er eben komplett mehreren Menschen gehört und autonom gesteuerte, also sich selbst steuernde Organisation und der verdient Geld. Und dieses, was mit diesem Geld passiert, das entscheiden die Menschen, die an diesem Automaten beteiligt sind, eben nicht über eine Aktie, sondern einen Governance Token. Und solche DAOs sind zum Beispiel Firmen wie, werde ich dir gleich zeigen, Decentral Games. Was auch eben sehr interessant ist, es gibt Spiele, mit denen kannst du Geld verdienen, indem du spielst und eines davon, schalte ich mal hier rüber, ist Axie Infinity. So sieht das aus. Das ist ein Spiel, in dem brauchst du drei solche Figuren, drei Monster, drei Axies. Und dann kannst du diese Axies antreten lassen. Jedes Axie ist übrigens ein NFT, ein Non-Fungible Token, ein Unikat. Du kannst dann diese Axies, dein Axie, eines deiner Axies gegen den anderen Axie antreten lassen. Und wenn du gewinnst, dann bekommst du SLP. SLP ist eine Kryptowährung, die schreibt sich so, das ist die Smooth Love Potion. Und mit dieser SLP kannst du zwei Sachen machen. Du kannst sie entweder deinen Axies zum Trinken geben, dann vermehren sie sich und du kriegst mehr Axies. Oder du kannst sie verkaufen. Eine Small Love Potion ist jetzt gerade bei 8 Cent. Es gibt auf den Philippinen von Jugendlichen bis ins hohe Alter Menschen, die den ganzen Tag nur Axie Infinity spielen und damit Geld verdienen. Und zwar teilweise das 3- bis 5-fache des durchschnittlichen Monatseinkommens auf den Philippinen. Das ist wirklich völlig wahnsinnig. Und dieses Spiel tritt einen Kreuzzug über die Welt an, der wirklich außergewöhnlich ist. Ich habe Axie Infinity gekauft und habe auch meinen Mentoring-Teilnehmern gesagt, weil das mein Versprechen ist im Mentoring, dass ich alles sage, was ich kaufe. Das ist keine Anlageberatung. Und ich sage auch nicht, dass irgendjemand was nachkaufen soll von mir. Ich sage einfach nur, hey, in meinem Mentoring nehme ich euch mit an Bord und zeige euch, in was ich investiere, was ich kaufe, welche NFTs, welche Kryptowährungen, welche DeFi-Protokolle ich mein Geld reinschiebe. Und da werde ich euch gleich noch eins zeigen, was mir passives Einkommen bringt. Und wenn du dich dafür interessierst, klick einfach auf den Link und wir telefonieren miteinander. Momentan telefonieren wir noch persönlich miteinander. Der Ansturm wird immer größer und ich bin gerade dabei, ein Team aufzubauen. Ich werde nicht mehr jedes Telefonat persönlich machen können. Wenn du jetzt anrufst oder einen Termin ausmachst, werden wir noch persönlich telefonieren. Ja, du siehst, der ist bei 56 jetzt. Der Axie Infinity Token ist der Governance Token. Und der war aber auch schon hier oben bei 76. Und wie gesagt, hier unten irgendwo bei 16 habe ich damals gekauft. Inzwischen muss ich auch sagen, oben bei 60 wieder verkauft, möchte aber irgendwann wieder reingehen. Ich wollte nur NFTs kaufen damit. Ja, und das ist halt ganz interessant. Damit verdienen Menschen Geld. Mit dem Spielen von diesem Spiel. Und da wird sehr, sehr viel Geld verdient. Axie Infinity macht wahnsinnige Umsätze. Und wenn du dich mit dem Axie Infinity Token an Axie Infinity beteiligst, dann hast du früher oder später auch Anspruch darauf, darüber abzustimmen, was mit dem Geld passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal das Geld auch ausgeschüttet wird. Jetzt kommen wir zu Decentral Games. Was ist denn Decentral Games? Es gibt das Decentraland. Das Decentraland ist ein virtuelles Land. Ich schaue mich hier mal um. Schaue, ich bin hier gerade mit meinem Avatar unterwegs. Und in diesem virtuellen Land gibt es Casinos. Ich bin hier zum Beispiel gerade an einem Blackjack Tisch. Jetzt gibt es Menschen, die hier in diesen Casinos spielen. Und zwar Blackjack, Roulette. Siehst du da hinten? Kann man da reinzoomen? Ne. Siehst du Roulette? Und das werden immer mehr Menschen, die das spielen. Und Decentral Games ist auch sehr interessant, weil Decentral Games hat einen, ist ein DAO. Und wenn du an diesem Decentral Games DAO teilnehmen möchtest, dann brauchst du einfach nur den DG Token. Der hier, Decentral Games. Ich habe die ersten Anteile von dem Token gekauft. Da war er irgendwo hier bei unter 100, so bei um die 60 glaube ich, oder 80 waren wir damals. Ich habe jetzt hier, als der ganz oben war, nochmal, ne, fast bei 370 nochmal eingekauft. Jetzt ist der wieder weit runtergegangen. Ihr seht, wir haben extreme Schwankungen bei dem Ding. Das ist halt auch noch wirklich eine junge Branche. Aber ich glaube sehr daran, dass Menschen Lust haben und auch dieses Decentral Games verdient schon Geld. Ich glaube sehr daran, dass Menschen Lust haben, solche Spiele zu spielen. Und jetzt kommt eben etwas ganz Interessantes. Vorher werde ich aber noch kurz erzählen. Du kannst dann eben diesen DG Token kaufen und damit dieses Protokoll gestärkt wird, wie bei allen Protokollen, kannst du Coins in dieses Protokoll reinlegen. Weil das sind ja dann Coins, die jemand nicht verkauft. Das heißt, dadurch geht auch der Preis nicht runter. Damit stärkst du das Protokoll. Und was passiert dafür, dass du das da reinlegst? Du kriegst, wenn du das ein Jahr liegen lässt, alles in allem durch den Zinseszinseffekt 19,71% Zinsen. Ich habe jetzt vorhin, vor glaube ich 20 Minuten, abgehoben. Also habe hier meine Rewards, die hier aufgelaufen sind, geclaimt, abgeholt. Und seitdem haben sie schon wieder 23 Dollar Cent angehäuft. 23 Dollar Cent sind ungefähr 18 Cent. Das ist mal drei, sind in der Stunde 55 Cent, sind am Tag 13 Euro und sind im Monat 400 Euro, die ich momentan, wo der Decentral Games Token bei 190 steht, an passivem Einkommen generiere. Wenn der steigt und ich habe ein paar Sachen gesehen, von denen ich denke, also ich habe im Vergleich gesehen zwischen Exe Infinity, Marktkapitalisierung, die im Milliardenbereich ist und die Marktkapitalisierung von Decentral Games, die noch im Games, die noch im zig Millionenbereich ist. Ich glaube, das Ding ist massiv unterbewertet, vor allem vom Hintergrund dessen, was die im Köcher haben. Weil sie werden jetzt, sie announcen, ein Play-to-earn-Metaverse-Poker mit ICE-Token-Rollout. Das kommt noch im September raus. Jetzt verstehst du erstmal Bahnhof, aber das Prinzip ist das gleiche wie bei Exe Infinity. Was bei Exe Infinity der SLP-Token ist, ist hier der ICE-Token und was bei Exe Infinity der AXS-Token ist, ist hier der DG-Token. Der ICE-Token, den verdienst du, wenn du in dieser Pokerwelt teilnimmst. Und wie nimmst du in dieser Pokerwelt teil? Bei Exe Infinity brauchst du drei Exes, bei hier Decentral Games brauchst du drei Klamotten. Du brauchst einen Anzug, du brauchst Schuhe und du brauchst eine Hose, die du dann auch upgraden kannst. Also je länger du spielst, kriegst du dann irgendwann mal ein diamantenes Jackett. Das sind auch wieder NFTs, die werden auch wieder massiv im Preis steigen, denke ich. Keine Anlageberatung. Und wenn du drei von diesen Dingern hast, kannst du Poker spielen. Und das Geile ist, die haben Mechanismen dahinter, wie du Geld verdienen kannst. Du kannst Geld verdienen, indem du dich täglich eincheckst und drei Challenges machst. Drei Challenges könnte zum Beispiel sein, dreimal ein Spiel spielen. Wenn du auf dem Leaderboard mit dabei bist. Wenn du NFT-Wearables zu anderen Playern delegierst, um einen passiven Einkommens-Share zu kriegen. Und das habe ich vorhin bei Exe Infinity vergessen. Drei solche Exes sind jetzt inzwischen schon im Bereich um die 1000 Dollar. Das kann sich auf den Philippinen gar keiner leisten. Deswegen gibt es jetzt Menschen im Westen, ob das jetzt moralisch in Ordnung ist, um Himmels Willen, frage mich nicht, ich mache es nicht. Es gibt Menschen im Westen, die kaufen drei Exes, stellen die Spielern auf den Philippinen zur Verfügung. Der eine ist der Manager, der Westler. Und auf den Philippinen, das ist der Scholar, das ist ein Scholarship. Und von den SLP-Tokens, die verdient werden, machen die einen 70-30-Share oder einen 50-50-Share, also eine Aufteilung oder eine 60-40-Aufteilung. Und hier ist es genauso, du kannst Variables, also diese Dinger, die man braucht, um hier zu spielen, jemandem geben und die Eis, die er dafür bekommt, kannst du dann sharen. Also kannst dir sozusagen den Gewinn aufteilen. Hier ist dann auch der DAO erklärt, mit der Schatzkammer drin, mit dem Eispoker und wie da Geld verdient werden kann. Und ich glaube einfach, dass Poker online schon immer ein Riesending ist. Dass die Leute immer mehr Bock haben werden, in diese Metaverses reinzugehen, also diese Welten, die so aussehen, wo du dich auch so umsehen kannst. Ich kann hier übrigens auch mal ein bisschen durch die Gegend marschieren. Gehen wir mal einfach ein bisschen raus an den Strand. So, da ist abgesperrt. So, ach, da kann ich natürlich auch nicht durch. Muss über die Brücke gehen. So, ach, schau, hier Twitter, Uniswap, die Central Games und Discord. Also wo du hingehen kannst, dann hast du hier ganze Vergnügungsparks, die angelegt sind. Hast du einen Club, Amnesia, Ibiza ist schon mit dabei. Hier sieht so ein Casino von außen aus. Also ich glaube, die Menschen werden da extrem viel Bock drauf haben. Ich glaube, es wird extrem viele Menschen geben, die sagen, hey, ich hole mir solche Wearables und kann sie dann auch upgraden, kostet einen Token und Experience Levels und so. Ich glaube, dass die Menschen da richtig Bock drauf haben werden, das zu machen und dass die Wearables kaufen werden und dass sie anderen Menschen, die gut pokern, vielleicht die Wearables zur Verfügung stellen und dass die dann 70, 30, 60, 40, 50, 50 Share machen und ich glaube, dass da sehr viel Geld verdient wird. Wenn du dich dafür interessierst, so einen Token zu kaufen, dann kannst du einfach hier oben drauf gehen, kannst auf, du siehst, ich habe 112 Tokens, 25.000 Dollar inzwischen drin, habe schon einige verdient. Ich glaube sehr daran, wie gesagt, es ist keine Anlageberatung und dann gehst du einfach hier auf Buy und dann bist du bei Uniswap, dann verbindest du hier deine Meta-Mask. Wie das geht, lernst du alles bei mir im Mentoring, wählst hier 0,5 Ether zum Beispiel aus und kriegst dann, ich muss hier sagen, dass es Ether ist, kriegst dann eine bestimmte Menge, sieben Stück, rund von dem DG-Token. Also ich finde das eine super interessante Möglichkeit, passives Einkommen zu verdienen, es gibt Risiken, du kriegst diese Zinsen ausgezahlt in DG-Token. Wenn der DG-Token wertlos ist, sind deine Zinsen auch wertlos und das ist wie immer, das ist ein DAO, das ist ein vollautomatisiertes Protokoll und wenn Menschen eine Möglichkeit finden, Hacker, dieses Protokoll zu hacken und sich das Geld, die DG-Tokens, die da drin sind, rausholen, dann ist dein Geld auch weg. Also das ist definitiv risikoreich, aber ich finde es interessant und da mal mit ein bisschen was reinzugehen. Für mich war, ich probiere alles mal aus und ich finde das extrem interessant. Ja, also so eine weitere Möglichkeit, passives Einkommen zu verdienen, dieses Mal im Gaming-Bereich. Wenn du dich für die Bereiche NFTs, was diese Axies und diese Anzüge sind, wenn du dich für DeFi interessierst, DeFi ist eben, wenn du irgendwo was reinsteakst zum Beispiel und dafür Zinsen bekommst, wenn du dich für Kryptowährungen interessierst, DG ist zum Beispiel eine Kryptowährung, AXS ist eine Kryptowährung, SLP ist eine Kryptowährung, die ihr jetzt alle in diesem Video gesehen habt, dann melde dich an für ein Mentoring, komm gerne bei mir rein. Das Mentoring sieht so aus, dass ich alles sage, worin ich investiere. Wir treffen uns einmal die Woche zu einem Zoom-Meeting, wo alle Fragen stellen können, wo ich sage, welche Bereiche interessant sind. Also das, was ich euch hier erzähle, haben meine Teilnehmer schon vor langer, langer Zeit gehört. Ich mache keine Anlageberatung. Es gibt Menschen, die fragen dann, soll ich das kaufen oder was soll ich kaufen? Dazu sage ich nie irgendwas. Ich sage einfach immer nur, worin ich investiere und ich sage auch nicht, um hin zu willen, kauf das Gleiche, was ich kaufe, weil jeder ist individuell und das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Und dann sind noch zwei Telegram-Gruppen dabei. Eine Telegram-Gruppe, in die ich immer reinschreibe, wenn ich was kaufe und warum ich das kaufe, was meine Gedanken dahinter sind und eine Telegram-Gruppe, in der wir uns austauschen und in der wir uns treffen und in der wir einfach auch Spaß miteinander haben und uns ganz viel über NFTs, Kryptowährungen und DeFi unterhalten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte ein Like da, abonnier den Kanal, gib einen Daumen nach oben, leite das Video auch gerne weiter und wenn du Fragen dazu hast oder dich fürs Mentoring interessierst, lass uns gerne miteinander telefonieren. Der Link ist hier drunter unter diesem Video. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und jetzt noch zu der wichtigen Nachricht bezüglich des DG-Tokens. Es ist gestern erst rausgekommen und heute habe ich dann so ein bisschen noch nachrecherchieren können, was da passiert. Also, es wird im September noch den Drop geben für diese Wearables, die du brauchst, um kostenlos Pokerchips zu bekommen und damit Poker spielen zu können. Dieser Drop ist ganz interessant, das kann ich euch hier mal zeigen. Das wurde nämlich jetzt veröffentlicht am 9. September. Die Community hat gesagt, dass sie gerne das so hätten, dass Menschen, die den DG-Token haben und gestaked haben, präferiert auf diese Wearables zugreifen können. Das heißt, hier steht, je Adressen, also deine Adresse hier in der Metamask, mit der du kaufst, Adressen, die mindestens einen DG-Token haben und den gestaked haben, so wie ich es in diesem Video gezeigt habe, sind mit dabei und dürfen und haben erst Zugriff auf diese Drops, auf diese Wearables, die gedroppt werden für 0,1 Ether pro Stück. Ich persönlich glaube, dass diese Wearables, es gibt am Anfang nur 600 Stück, dass die sehr gefragt sein werden und deswegen, weil die sehr gefragt sein werden, wird, denke ich, der Preis relativ schnell hochgehen. Also, wenn du an so was interessiert bist, brauchst du einen DG-Token, der gestaked ist. Und später wird es dann übrigens so sein, du brauchst, wenn du dann ein Wearable hast, einen halben DG-Token, um den für das Pokerspiel zu aktivieren. Und dann ist es eben ganz interessant, du kannst eben dann einem guten Pokerspieler dieses Wearable geben und kannst dann mit dem vereinbaren, voll automatisiert, was für eine Aufteilung du machst. 50-50, 60-40, 70-30. Und ich habe extra hier nochmal nachgefragt, das ist der Founder, der Gründer von Decentral Games und habe nachgefragt, hier unten siehst du das, werden Menschen, die auch jetzt noch, also Stand heute Freitag, der 10. September, die also jetzt noch diesen Token kaufen und staken, haben die dann auch noch früh Zugriff. Und dann hat er gesagt, ja, du wirst, es wird die Möglichkeit geben, vor dem Drop noch zu staken, in Klammern so lese ich es zumindest, und somit auch mit dem Vorteil dabei zu sein, da zugreifen zu können. Was übrigens noch ganz wichtig ist, aber das führt jetzt tatsächlich für dieses Video zu weit. Der Drop wird auf der Polygon-Blockchain stattfinden, das heißt, du brauchst nicht Ether auf der Metamask, sondern Wrapped Ether, also W-E-T-H. Menschen, die bei mir im Mentoring sind, wissen, wie das geht. Wie gesagt, ich kann es jetzt in diesem Video nicht noch dazu erklären und muss die dann auch von der Ethereum-Blockchain über eine Bridge auf die Polygon-Blockchain rüberschicken. Aber der eine oder andere von euch, der sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, weiß sicher, wie das geht. Und wie gesagt, ansonsten, sowas lernt man halt bei mir im Mentoring. Ja, das wollte ich euch noch mitgeben und hier sozusagen die aktuellen News noch mit reinpacken, sodass ihr, wenn das für euch interessant ist, wie immer wisst ihr ja keine Anlageberatung, die Möglichkeit habt, das noch zu machen. Jo, ihr Lieben, freut mich sehr und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Video.